Gut, hier bin ich wieder. Ich darf nicht immer so lange am Stück aufnehmen. Also wenn ihr merkt, dass der Sound nicht mehr so richtig passt, dann nehme ich es zu lange auf. Okay, aber zurück zum Spiel. Wir sind hier in der vierten Kabine. Was magst du lieber? Starke, seltene Pokémon. Gentleman möchte kämpfen. Sonnashark. Beiß mich ruhig. Ja, beiß mich ruhig. Ich stehe drauf. So. Beiß mich ruhig. Ja, ja, ja. Rokzuki. Quick Attack. Hey, Ponyta. Hatten wir noch nicht. Glut. Scheiße, das müsste mehr abziehen als normal. Ja. Ich würde noch gerne Rokzuki bei uns sitzen wollen, aber ist egal. Jetzt so. Ponyta ist dort. Und ähm. Der Gentleman auch. Alter, wer klopft denn da? Bei mir und da klopft es ständig einer. Ein Sonderbonbon. Sehr schön. Wo warst du, als die Party lief? Welche Party? Ich habe keine Ahnung. Na, jetzt. Ich habe mal ganz kurz Pause gemacht. Wenn ihr ein Smart habt, dann. Uh, super geschnitten. Pummel-Luft. Kennen wir. Leider, leider zu gut. Donner-Schock. Auf meinem Steam-Bild ist ein Pummel-Luft zu sehen. So. Donner-Schock. Das ist ein Schock fürs Leben. Habe ich glaube schon mal gesagt, diesen Witz. Tja. Ach, Ruckzug. Wollte ich benutzen, aber egal. Volltreffer. Rot besiegt diese Scheiß-Gerre. Mach mal langsam. Oh, gleich drei Ausrufe-Zeichen. Seid ihr Trainer? Mein Vater war mit mir in der Safari-Zone. Es war aufregend. Hast du die Safari-Zone im Fuchs-Saner-City schon besucht? Es gibt dort sehr seltene Pokémon. So, letztes. Alter, wir klopfen da bei mir. Mensch, das regt mich echt auf. Der Käpt'n war bleich. Er sah schlecht aus. Viele Leute werden leicht seekrank. Ja, besonders der Käpt'n. Deswegen ist er auch Käpt'n geworden. Weil er weiß, dass er seekrank wird. So, ich speichere mal das Schatz-Verfahren. Einfach mal so zum Jux. Nein, nein, nein. Warum speichere ich? So speichert man. Zack. Gleich zweimal. Zack, so. Oh, du, du, du. Sieh an, Rot. Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Rot, hat man dich tatsächlich eingeladen? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Freak. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuche dein Glück im hohen Gras. Und jetzt willst du mit wie kämpfen? Ich dachte, du tägst mich nur voll, Mensch, Meier. Blau möchte kämpfen. Oh, oh. Oh, Habitac. Okay. Komm schon, Pikachu. Dieses Habitac kriegst du mit einem One-Hit-Klein. Pikachu, ich hasse dich. Ich hasse dich doppelt. Furienschlag. Jetzt gehst du down. Geschieht dir recht, du Arsch. Tja, selber schuld. Siehst du so viel? Hättest du ihn gewonnen, hättest du jetzt nicht das Problem, dass du darauf gegangen bist. Naja. Kann mir nichts machen. Kratze. Kratze. So. Ein Ratsfahrzahler. Glutz. Sie müssten sogar One-Hit-Wenn wir Glück haben. Jawoll. Er hat einen Sandern, okay. Hand in der Roten und Blauen nicht, aber okay. What is the Fang? Ja, stimmt. In Nanzuja City. Da in der ersten Route, wo ich hier war. Egal, wer und hat worden ist. Und jetzt kommt es ein Evoli. Das vergiften wir. Sag. Schlag mich ruhig mit deiner Route. Ja, ja. Er wäre es. Egel sammeln. So, her mit deinem KB. Schade, dass dieser Knospen entwickeln kann. Na, ja. Evoli würde meine Verteidigung senken und dann angreifen. Kannst du gerne machen. Ich wechsle jetzt mal. Und dann kannst du es noch weitermachen, okay? So, jetzt noch Geowulf und sein Evoli ist Geschichte. Apec Rap Battle of History. Evoli vs. Glutexo. Glutexo One. Und Rot One gegen Blau. Mist. Na, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Er soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest diesen alten Mann mal besuchen. Servus. Und ich sag jetzt mal auch Servus. Äh, ja. Bis zur nächsten Hoffnung. Grüß Gott. Gut, jetzt müssen wir verlieren. Und zwar gibt es hier einen leichteren Trick. Erst einmal müssen wir zurück ins Poké Center. Geh aus dem Weg. Da-da-da-da-da-da-da-da. ok jetzt gehen wir mal in die box aber erst heilen genau heilen ist immer das beste heilen sollte man immer machen wenn man ins pokesender geht wird man zwar voll gekürzt aber egal danke dein pokémon sind wieder fit jutz den pc an jetzt machen nämlich folgendes jetzt bauen wir uns die schlechteste team ever auf so dieser knopf weg mit dir tschüss pikachu hals maul herr mit kapador endlich brauchen wir diese scheiße mal so gute texte weg und jetzt lasst uns unser nerviges pikachu nicht mehr hinter uns her jetzt machen wir folgendes wir gehen jetzt da ohne pikachu und unsere unser team zurück nur mit diesem scheiß kappador hier das selbst ein paar kp hat so also mit diesem team werden wir hundertprozentig verlieren und das wollen wir auch gut so holen wir uns erstmal die vm1 der schneider dazu müssen wir wie zu dummen alten mann den captain hinlatschen so ich bin jetzt der captain auf diesem schiff 1000 natürlich auswild gegen seekrankheiten der captain liest dieses buch manche dinge sollte man besser nicht was ist denn da drin mir kann es nicht gut rot muss mit dem captain den rücken ich danke dir das gibt mir schon viel besser willst du den umgang mit dem zerschneider lernen ich könnte ne quatsch ich könnte dir alles beibringen aber mir ist so übel ich hab's nimm einfach das hier damit bringst du den umgang mit dem zerschneider bei vm1 gut das haben wir die vm1 der schneider und wenn wir jetzt normal raus latschen dann haut das schiff ab aber es haut nicht ab wenn wir verlieren deshalb verlieren wir jetzt dann haben wir zwar den trainer nicht besiegt aber was soll's gegen den kann man jederzeit noch kämpfen da 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 grad da 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 leis ne diese kabine war es nicht diese war es genau gegen den müssen wir uns verlieren du weißt wir sind die leute leben elev zu kämpfen Ja, der hat auch nur eins So, los, Kapador Magikarp, hit him with the Splash Attack Oh Alle Pokémon von Rot werden besiegt Rotfälle in Ohnmacht Wir haben verloren Aber das ist mit Absicht, so Und jetzt ist das Schiff immer noch da Jetzt holen wir erstmal unsere Pokémon wieder Jetzt haben wir zwar ein bisschen Geld von Aber was juckt mich das So, dafür Dafür, dass wir jetzt Wieder auf die MS hin können War mir dieser Verlust von diesem Geld Völlig Egal Okay Pikachu hat sich gefreut, wo wir es wieder aufgenommen haben Sprechen wir es gleich wieder an Ja, es springt vor Freude Hehehe, 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 schwuchtel Na, wir brauchen noch ein Pokémon, das zerschneiden kann Genau Ich hab's irgendwo in Erinnerung, dass Ein Diktor In dieser Edition Zerschneider kann Aber Tauburger kann's auch Also holen wir uns Tauburger Tauburger kann keinen Zerschneider, okay Okay, dann legen wir das alles wieder ab Tauburger ablegen Ich mach mal kurz auf, nach einer Pause Und was legen wir noch ab? Richtig, Niete Okay Gut, ich hab's irgendwie in Erinnerung Schau mal mal nach Fangen wir uns ein Diktor Erstmal checken, ob wir genug Pokébälle haben Halt, warte, das Bootsticket Verwarten wir jetzt noch ein Vergleich Die ganzen Items Und legen den ganzen Schrott ab Den wir nicht mehr brauchen Ab Halt, erst einmal die Was zum Ich tipp doch auf Hä? Ich will das nicht ablegen Ich will nur nach unten scrollen Und dann da Anzahl Ja, ja Ja, ja, ja Leck mich doch Leck mich Was? Nein Ich Ich tipp da auf unten Auf die Fight-Taste nach unten Und dann Anzahl Ja, ja, ja Anzahl Leck mich doch fett Nein, nicht Floß Jetzt ist es Wird schon wie das gleiche Ne, doch halt TM1 Leg mal weg TM45 Sportsticket brauchen wir nicht mehr Erst wenn wir Die Specials machen Am ganz am Ende TM28 Radkupper brauchen wir die Angel Die ist nutzlos Damit können wir nur Lurschen fangen TM8 TM44 Sonne Bonbons Geben uns auch Fürs Ende auf Die FM1 brauchen wir Okay Das passt Okay Gehen wir jetzt mal In den Diktatunnel Und fangen Uns einen Diktatunnel Das ist cool Diktatunnel Hat einen Tunnel Gegraben Er führt direkt nach Fatania's City Muss aber groß sein Erster Schritt Erster Schritt Erstes Diktat Diktatunnel Diktatunnel Penis Ruckzucki Oh Okay Schmeißen wir mal Einen Superball Um zu checken Ob es auch Funktioniert Jawohl Diktatunnel Maulwurf Dieses Pokémon Lebt unter der Erdoberfläche Man kann es mit Unter in Höhlen Beobachten Okay Wir haben unser Diktatunnel Schauen wir mal noch Ob es der Schneider kann Nein Nicht rot Ja Meine Erinnerung Hatten recht Diktatunnel Kanzerschneider Okay Nicht ordnen Haben wir Okay Den ersten Orden Halten wir Und den zweiten Händen auch Felsort Und den Quellort Und jetzt kommt der Donnerorden Von Major Bob Den Farborden Den Seelenorden Den Sumpforden Und den Vulkanorden Und den Erdorden Okay Gut So viel Schaden Hat die Kanzelnet Bekommen Als dass wir Das heilen müssten Dann Verschneiden wir Erstmal was Diktat Benutzt den So Schneider Hey wartet Champion Spät Major Bob Hat einen Spitznamen Man nennt ihn Den blitzschnellen Arenaleiter Er ist ein Experte Für Elektropokémon Vogel und Wasserpokémon Sind hier hilflos Ausgeliefert Er nutzt auch gerne Paralyse Major Bob Ist sehr vorsichtig Du musst ein Rätsel lösen Um ihn zu Vertreffen Ich checkte es Jetzt nicht Was soll man da Machen Das hier ist Kein Spielplatz Oh doch Hier ist die Schorkel Und da ist Die Wasserrutsche Wasserrutsche Was soll ich hier Da ist die Rutsche Wie komme ich Auf Wasserrutsche Wahrscheinlich wegen Den ganzen Wasserzeug MSN und so Schrott Komme ich jetzt Auf Wasserrutsche Ich bin so Schlau Oh man Senkt meine KP ruhig Senkt meine KP ruhig Danke 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 So Igensamen Und nochmal Giftbruder Ach Kinder neben Naja Okay Kann mir nichts Immer treffen Aua So Oh man Bin ich jetzt Auf einmal müde geworden Naja Das wird noch Ich nehme jetzt Auch Eine Stunde Auf Am Stück Ich brauche Wieder ein paar Parts Ich habe längere Keine Parts Mehr gemacht Und Knieb Ach komm Diese paar KP Und jetzt Kriegt man Wegen dem Scheiß 20 Schaden Ey So Stirb Es hat Es hat zwar Keine KP Aber es Kriegt Daut Schaden Durch Schmarotzer Episch Yeah Double Level Up Boah Boah Du hast Du hast Mich Überrascht Ich bin ein Fliegengewicht Aber im Umgang mit Elektrizität Bin ich ein Profi Diesen Satz Kann ich Auswendig Ein Rocker Rock Rampstein Ich mache es mal wieder Herr Kurz Du starb Bis gleich Und Hier bin ich Wieder Und ich habe mich Vertippt Nur Idioten Greifen Wollte Wollen Mit Donnerstöckern Ruck Zuck Heep Ruck Zuck Heep Ich bin Den Kampf Ruck Zuck Beenden Deswegen Ruck Zuck Heep Ha Oh Mann Das tut echt weh im Ohr Leck mich doch fett Meine Verteidigung ist auch gerade gesunken Also meine Verteidigung meine ich damit So Boah ne Ne Glutexo Du mag ich mir sick Gut Du magst du benutzt Geh Wolf Gleich zweimal hintereinander Hotstyle Aber warum Geh Naja Geh Ich kann mir später in der Aufnahme Anschauen und denken Warum ist die Attacke zweimal hintereinander Hast du getroffen Äh hast du getroffen Ja 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 Okay Geowurf Oh ne Du schreist mich nicht nochmal an Geowurf Haut besiegt Haut besiegt Ruck Ein Kurzschluss Und der letzte Tränen in dieser Arena Major Bob war meine Ausbilder Gentleman möchte fighten Gentleman benutzt Wollteball Eieiei Okay Glutexo wieder Oh Oh Und Sire Hab selbst mal begangen Scheiß Terrorist Ey Ach Jetzt wünsche ich mir Dass Magnetilor ein Stahltyp ist Das wäre nämlich sehr effektiv Ach Glutexo ist tot Ich konnte doch nicht damit rechnen Dass es Ultraschall einsetzt Oh man Ruckzuck hieb Rot besiegt Gentleman Stopp Du bist zu gut Hier ist nichts Bloß Abfall Hier ist nichts Scheiße Also man muss hier zwei Hebel finden Episch Die sich In diesen Die sich in diesen Müllabern finden Das hatte ich echt noch nie Das Seit In all meinen zehn Jahren Seitdem ich diese Edition spiele Habe ich das noch nie Beim ersten Versuch geschafft Ist das geil Episch Und dann mache ich wieder einen Stopp Bis gleich Und Tier I'm back Wir müssen unsere Pokémon heilen Und dann Treten wir Major Bob In seiner Arena Gegenüber So Zack Scheiße Pokémon Diktar Und Zerschneider Das 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 Raichu Von dem Also Der Major Bob Der hat einen Raichu Das ist die Entwicklung Von Pikachu Ähm Das kann man mit Diktars Auch leicht Kleinkriegen Dieses Problem Warum speichere ich Das ist immer die Angewohnheit Immer vorne im Arena Alter Speichere ich automatisch Das habe ich mich Von mir echt Eingeprägt Leg mich fett Was mache ich denn da alles Okay Still gestanden Willkommen Der Pokémon Erinner von Oradner City Was ist das Eine halbe Portion Als Herausforderer Du hast ganz schön Mom Mich zum Kampf Herausforderer Du Wicht Ein Pokémon Kampf ist kein Zuckerschlecken Junge Du hast keine Erhaltung Musst aufgeben Number 3 Major Bob Er hat ein sehr starkes Raichu Los Pikachu Oh Donner Blitz Ei 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 Das erinnert mich an die TV Serie Der hat echt Seinen Pikachu Auch gegen seine Raichu Eingesetzt Naja Was soll's Ich will jetzt kein Donner Blitz Abkriegen Deswegen Ruf ich dick da jetzt her Kann Megakick Oh oh Wir haben ein Problem Wir haben ein scheiß Problem Naja Nicht sehr effektiv Ach er kann Kampfattacken Wie mega Heap Megakick Und so ein Zeug Oh man Oh Gift Bruder Das lass ich mir nicht bieten hier Es geht zwar Down Das Riesafloor Werden wir jetzt nichts Dagegen tun Superschall Äh Superschall Jaja Äh Supertrunk Mein Gott Mein Englisch ist schwer Äh Deutsch ist schwer Ich fehl hier rum Das ist unglaublich Ich fehl hier rum Ich fehl hier rum Mit Egelsamen Und Gift Mehr ab Ach scheiße Der hat bestimmt einen Trank X Tempo Was So Rankenheap Nochmal Ah Er setzt keinen Trank ein Merkwürdig Normalerweise hat jeder Arenaleiter Ein Trank Aber der hat keins Okay wir haben gewonnen Und besiegt Major Bob Du weißt wie man kämpft kleiner Als Auszeichnung Verleichte den Donnerorden Und gewinnt 2772 Pokedollar Der Donnerorden erhöht die Initiative Deiner Pokémon Außerdem können ein Pokémon jederzeit Fliegen benutzen Du bist ein besonderer Junge Nimm das hier Das ist Donnerblitz Könnten wir unseren Pikachu Ball bringen Aber es wäre dumm Denn Pikachu lernt Donnerblitz Mit Level 28 Boah Ein elektrisierender Kampf Holen wir uns erst mal Unser Shiggy ab Der Schneider Hämme jetzt der Shiggy Du Arsch Du hast den Donnerorden Dann bist du ein guter Trainer Ich habe ein Shiggy Für dieses Pokémon Macht nur Dummheiten Würdest du dich um einen Shiggy kümmern Ja Roter hat ein Shiggy Möchtest du Shiggy einen Spitznamen geben Nein Behandle Shiggy gut Gut dann setzen wir Shiggy an erster Stelle Heinen uns den Pokémon Und dann mache ich eine Aufnahmepause Eins, zwei, drei, vier, fünf Okay Man, fünf Pokémon haben wir schon Wenn man einen dick, der abzieht Haben wir nur vier Gut dann gehe ich jetzt zur Route Wo wir trainieren Und dann sage ich Tschüss bis zur nächsten Aufnahme Servus Und ich begrüße euch wieder Zu einer neuen Aufnahme von Pokémon Gelb Ja Okay Was steht heute auf dem Programm Shiggy Okay Achja Wir trainieren Shiggy hier auf dieser Route Hast du Lust mit mir zu kämpfen? Ja Okay Der hat Nidorino